Alles Gute zum Hochzeitstag. Die sind ja wunderschön. Hä? Arnold? Was habt ihr euch geschenkt? Der 31. Was kriegt man da? Silber? Helfenbein? Oh, wir haben uns ein Pay-TV-Abo geschenkt. Oh, wie schön. Sind ne Menge Sender. Ich habe das Gefühl, dass Arnold und ich kein gemeinsames Ziel mehr haben. Ich will wieder eine richtige Ehe. Dann musst du alles aufs Spiel setzen, um das Feuer wieder zu entfachen. Es ist nicht unmöglich und es ist nie zu spät. Du willst zu einer Paartherapie in Maine? Die Maschine geht morgen früh und ich sitze drin. Ich hoffe, du bist zufrieden. Kay und Arnold, freut mich, dass sie da sind. Na, wenigstens einer. Sie sind hier, damit die Intimität wieder Einzug in ihre Ehe hält. Das ist doch lächerlich. Wir sind keine 22 mehr. Ich möchte Ihnen Ihre erste Übung aufgeben. Sie werden heute Abend gemeinsam im Bett liegen und sich in den Armen halten. Ich glaub, wir hören lieber auf. Vertrauen Sie mir und lassen Sie sich darauf ein. Ich suche Sextipps für Frauen von einem schwulen Mann. Sie werden sich zunächst wahrscheinlich sehr unwohl dabei fühlen. Ich bin einfach nicht... So bin ich nicht. Ich kann das nicht. Das nicht. Man kommt eine Woche her und danach ist es wie beim ersten Mal. Ihre Frau ist sehr unglücklich. Und Sie sollten sich fragen, habe ich alles getan, was ich konnte? Sie wollen den alten Zauber wieder haben? Willkommen im Club, Süßes. Wer hier von euch allen hat keinen Sex? Ich rufe. Es ist nie zu spät, wenn man es wirklich will und bereit ist, etwas zu wagen. Ich frage mich, ob er mit seiner Frau auch so redet. Mildred, ich finde es hochinteressant, dass du nackt bist. Wir machen das so gut, vielleicht können wir schon eher weg. Okay, nächster Schritt. Was steht da? Ein Gedicht schreiben, Händchen halten, ein Niedchen singen? Sie haben Sex. Lass uns unsere Sachen packen und abhauen. Arnold, haben Sie Fantasien? Ein Dreier. Mit wem? Carol. Carol mit den Corgis? Hi, du hast ja einen neuen Corgi. Ja, aber drei ist das Limit.